Hallo, ich möchte euch heute mal etwas Außergewöhnliches vorstellen. Und zwar ist es die Suche nach dem blauen Ordensband Caducala Fraxini. Außergewöhnlich deshalb, weil mir die Methode auch noch nicht so lange bekannt ist. Ich habe sie erst vor ein paar Wochen erfahren und habe sie jetzt mal ausprobiert. Das heißt, ich gebe euch jetzt hauptsächlich mal das wieder, was ich auch so gehört habe. Und kann jetzt selber auf nur wenig Erfahrung zurückgreifen. Aber ich glaube, das ist schon relativ gut. Und ich habe die Methode jetzt mehrmals ausprobiert und hatte eigentlich fast immer Erfolg. Deswegen möchte ich euch heute jetzt auch mal mitteilen. Das war das blaue Ordensband. Das ist jetzt hier in Niedersachsen zum Beispiel vom Aussterben bedroht, an einer relativ seltenen Art. Und ja, das ist ein Nachtfalter, der auch relativ selten ans Licht geht. Man kann ihn ködern, aber das ist alles scheinbar auch nicht so erfolgreich. Weil über die Eiersuche kann man die Art vermutlich besser nachweisen als über die adulten Tiere. Und ich fand das selbst am Anfang ein bisschen skurril. Denn man sucht die Eier an der Stammbasis einer Zitterpappe. Und ihr seht jetzt mal hier einen Baum vor euch. Das ist eine Zitterpappe, eine relativ große Krone. Man sieht es schon im Satellitenbild ganz gut. Und an der Stammbasis hier unten sucht man jetzt nach den Eiern. Und wenn die Eier schlüpfen, und das ist eigentlich das Gorilla, müssen sie erstmal die ganze Strecke zurücklegen. Um wirklich in den Kronenbereich zu kommen, um da dann ja im Endeffekt das Futter zu finden. Also die gesamte Strecke muss auf einer frisch geschlüpften Raube zurückgelegt werden. Und das ist schon, war auch für mich überraschend, muss ich sagen. Aber schauen wir uns mal an, wie es geht. Also ich stehe jetzt hier in einem relativ dichten Mischwald. Wir haben ein paar Kiefern drin, wir haben Laubbäume drin. Und eben diese einzelne Pappel hier, die im Satellitenbild schon gut zu sehen war. Deswegen bin ich auch hierher. Und es scheint auch so zu sein, dass die Art, wie gesagt, ich gebe das jetzt einfach mal so wieder. Ich habe jetzt noch wenig Erfahrung, aber nach dem, was ich bis jetzt auch so mitbekommen habe, scheint die Art doch Gegenden zu bevorzugen, wo immer mal wieder vereinzelt Pappeln im Bestand drinstehen. Auch relativ beschattet. Und ich habe mir jetzt vorher auch einige Stellen angeguckt, wo wirklich ein Pappel Bestand ist. Ein relativ dichter mit fast ausschließlich Pappeln. Und da war eigentlich nichts zu finden. Kann jetzt daran liegen, dass die Eidichte dann geringer ist, einfach weil die besser verteilt sind. Und hier, dass sich alle Falter auf diesen einzelnen Baum konzentrieren, das weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall ist es aussichtsreich, sich solche einzelnen Bäume auszusuchen. Und ich möchte es euch jetzt mal zeigen, wie man vorgeht. Ich habe jetzt hier eine Taschenlampe dabei. Und im Endeffekt leuchte ich damit einmal den Stamm ab. Taschenlampe deswegen, weil die Eier im hellen Licht dann so ein Stück weit reflektieren. Und es ist ein bisschen einfacher als einfach die Suhr. Und ja, wie gesagt, man fängt oben an oder fängt irgendwo an und geht dann den Stamm langsam ab. Und sucht so nach den kleinen Eiern. Ich möchte euch jetzt hier mal ein Beispiel zeigen. Ihr könnt es auch ohne Taschenlampe kennen. Ich lasse ihn jetzt mal weg, weil es zu hell ist. Hier oben ist das Ei. Näher werde ich wahrscheinlich nicht ranzummen. Doch. Also das ist eine Eihülle in dem Fall. Das ist ein geschlüpftes Ei. Man erkennt es, weil es so weiß ist. Wenn noch eine Raube drin wäre, wäre es dunkel und hätte einen hellen Ring. Und in dem Fall ist es aber eben schon geschlüpft. Und ja, wenn ich jetzt anleuchte, man sieht es jetzt auf dem Video vielleicht nicht so gut. Aber in Realität tatsächlich reflektiert es so ein Stück weit das Licht. Und dadurch ist es einfach besser zu sehen, zu erkennen. Und die Kadokala-Eier, man erkennt es jetzt vielleicht im Video sogar so ein bisschen, haben eine schöne Eistruktur im Endeffekt. Also Rillen, könnte man sagen. Die sich auf der Eihülle befinden. Jetzt sieht man es vielleicht ganz gut. Man kann die Rillen ganz gut erkennen und dadurch ist es wohl auch eindeutig zuordnenbar. Und damit hätte ich dann diese Art hier nachgewiesen. Und wie gesagt, aus diesem kleinen Ei, die Raube, die hier rausschlüpft, muss einmal den gesamten Stamm nach oben laufen, bis die Raube in der Krone angekommen ist und da dann letztlich überhaupt erstmal Futter findet. Und das ist dann doch durchaus ein bisschen was Besonderes, finde ich. Und ja, wie gesagt, also die Eiersuche geht eigentlich auch ganz gut. Die Eier sind relativ groß, verhältnismäßig immer noch schwierig in der Rinde zu finden. Ich würde mich eher auf die Moosbereiche konzentrieren, da hatte ich bis jetzt relativ gute Erfolge. Teilweise sind sie auch in der Rinde drin, aber die Suche ist vielleicht ein bisschen schwieriger in der Rinde als auf dem Moos. Von daher probiert es vielleicht einfach mal aus. Auch wenn die Art selten ist und in eurem Gebiet vielleicht gar nicht gemeldet ist, hier glaube ich auch nicht unbedingt. Wie gesagt, die ist auch Rote Liste 1 und trotzdem hat man gute Erfolge scheinbar. Ja, wie gesagt, probiert es einfach mal aus. Lasst mich vielleicht eure Erfahrungen auch ein bisschen wissen, gebt ein Feedback. Wäre interessant auch für mich. Wie gesagt, ich habe jetzt noch nicht so viel Erfahrung damit, aber ich finde die Methode eigentlich wirklich sehr interessant und vielleicht auch sogar ziemlich hilfreich für die Nachweise der Art. Ja.